Ob du's glaubst oder nicht, ein Arsch ist kein Gesicht. Aber dir sag ich pasch, dein Gesicht sieht aus wie Arsch. Ob du's glaubst oder nicht, ein Arsch ist kein Gesicht. Aber dir sag ich pasch, dein Gesicht sieht aus wie ein Arsch. Heut muss ich dir ehrlich sagen, was ich von dir denk. Und ich nehm sogar in Kauf, dass ich dich damit kränk. Liegst du nackt beim FKK auf deinem Bauch und liest, kann's passieren, dass jeder Mann deinen Arsch begrüßt. Ein Verdeppen, ein Erdaus, drum sag ich's frei heraus. Ob du's glaubst oder nicht, ein Arsch ist kein Gesicht. Aber dir sag ich pasch, dein Gesicht sieht aus wie ein Arsch. Neulich lagst du krippekrank im Bett zu Haus, oh wei. Dein Kopf, der war ganz zugedämmt, dein Arsch lag völlig frei. Der Doktor sah nicht richtig hin und schob die Arznein. Mit medizinischem Geschick ins Arschloch mitten rein. Ein Verdeppelt, ein Erdaus, drum sag ich's frei heraus. Ob du's glaubst oder nicht, ein Arsch ist kein Gesicht. Aber dir sag ich pasch, dein Gesicht sieht aus wie ein Arsch. Ob du's glaubst oder nicht, ein Arsch ist kein Gesicht. Aber dir sag ich pasch, dein Gesicht sieht aus wie ein Arsch. Schöne ist kein Gesicht. Die. Abonniert. Werden. Bis zum ersten Mal, ich komm. Du.